Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Vollgeist. Ich würd sagen, wir starten jetzt mal ein Trip-Nubil rein. Und dann suchen wir mal nach Spielern. Let's go! Let's go! Musik Und dann legen wir los. Musik Musik Abschweigen Musik Ah, okay. Musik 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 Wie packe ich die denn jetzt? Musik Musik Wasser Musik Nächster Ja, ich schreibe, ging verfolgen Weil andern verscheuert das Ding Hier hoch Oh! Oh! Der Roten ist echt Profi. Ich will den Roten etwas wegnehmen, dann verbringen... Oh! Egal. Dann spielen wir halt nix. Eine Runde hat eine Runde Solo. Geht auf. Oh! 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 So. Show aus. Auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr von Volker seid, dann lasst euch einen Daumen nach oben da. Lasst einen netten Kommentar da. Und abonniert mich auch gerne, wenn euch das Video gefällt. Aber ihr müsst natürlich nicht. Ja, aber trotzdem nicht. Und ich würde sagen, dann warten wir bis es geladen ist. Und dann gehen wir ab. Ja, wir sehen jetzt auch viel gefährlicher aus. Mit den Dingern. Und ich würde sagen, jetzt geht's gut. Und jetzt geht's gut. ein die wir können 39 und und Jetzt hast du erst einmal vorgehe und ich werde dich wieder öffnen können. ich schrieb mir nach vorne und ach ins Ziel ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier schnell schaffe die rennen gegen die Türen, die wir ausnehmen da geh ich drauf Silber sogar Perfekt das ist mir auch voll oh naja naja warte da da Schaffe ich schon, weil die anderen, die sind auch nicht so gut. Das war jetzt auch nur einfach so mitfragen. Einfach nur bewegen kann ja jeder. Und ausweichen? Ja, die sind. Oh, klar. Was ist denn hier drauf? Wir trennen da drauf. Schade. Nein, nein, nein. Ich bin geklappt. Hopper. Oh, 13. Unkwalifiziert. So mag es. Zweite Runde geschafft. Wir können aber auch nicht schieben. Was geht denn? Aber auch nicht scherben, deswegen. Ich muss erst mal wissen, wie es geht, bevor ich drauf gehe. Ich habe mich auf jeden Fall gut einladen. Ich habe mich auf jeden Fall gut einladen. Ich habe mich auf jeden Fall einladen. Ich habe mich auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall gut einladen. Ich habe mich auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall geholfen. Okay, ich habe mich auf jeden Fall geholfen. Und boom. Wuhuuu! Jesus! Also eigentlich einfach nicht. Na dann warten wir... Erste Runde und schon so gut. Und das kommt einfach nicht so gut... Das war's schon normal. Wir müssen das jetzt so gut! Wir brauchen das jetzt mal, was wir taube. Und dann kommt auch jetzt so gut. Geoff Geoff Geoff... Ich brauche echt schwer Aber der hätte ich auch nicht springs rammen gef Parce Dann würd ich sagen Und dann nehmen wir mal die Wohnung ab und finden, was wir erreicht haben. Okay. Oh, sieht doch gut aus. Wow, was ist das? Geiler, auch freigeschaltet. So. Dann würde ich an der Stelle das heutige Video auch beenden. Bis bald und tschau.